Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Serienflash-Freunde. In dieser Woche startet die Bande von der Baker Street bei Netflix. Und das ist natürlich eine übernatürliche Serie aus der Welt von Sherlock Holmes. Da stellt sich aber natürlich bei dem einen oder anderen die Frage, was ist eigentlich mit der BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman? Den aktuellen Stand dazu gibt es jetzt in diesem Video. Im Jahre 2010 startete die Serie Sherlock bei der BBC in Großbritannien. Eine Serie, wo wahrscheinlich niemand damit gerechnet hat, dass das so ein Riesenerfolg wird. Benedict Cumberbatch und Martin Freeman bringen uns das Duo Sherlock und Watson in die Gegenwart. Und das in vier Staffeln und einem Winterspecial. Die Serie ist mittlerweile eine der gehyptesten, aber auch beliebtesten und besten Serien der letzten 20 Jahre. Eine Serie, die leider mit der vierten Staffel zu Ende war. Ein Ende, was sich irgendwie wie ein Ende anfühlte, aber irgendwie bisher nie richtig als Ende bestätigt wurde. Und daher fragen sich Fans natürlich schon seit 2017, denn da lief Staffel 4, was ist mit Sherlock Staffel 5? Man muss ja sagen, Staffel 4 endet damit, dass letztendlich Sherlock und Watson ihre großen Fälle absolviert haben. Die Fälle, die sie zu den Legenden werden ließen. Die Fälle, die eben so herausragend waren. Sie sind wieder in der Baker Street und das Ende fühlt sich wirklich an wie ein Ende. Als wären sie jetzt an einem Punkt, wo es nicht weitergehen muss. Wo sie wahrscheinlich weitere Fälle lösen, aber keine, die jetzt wirklich so spannend sind, um uns daraus eine weitere Staffel zu machen. Es ist kein großer Cliffhanger, es bleiben nicht viele Fragen und doch wollen die Fans weitere folgen. Und das ist auch definitiv nachvollziehbar, denn dieses Duo hat einfach großartig funktioniert. So, nun ist Staffel 4 also eine Art Ende gewesen, aber irgendwie auch trotzdem mit dem Potenzial fortgesetzt zu werden. Und das fragen sich eben nun die Fans. Und wenn Fans sich sowas fragen, die jetzt vielleicht auch gerade dieses Video schauen, fragen das natürlich auch Journalisten. Und das natürlich dann die Darsteller der Serie. So zum Beispiel Martin Freeman im Jahre 2019. Dieser erklärte gegenüber dem Collider, dass es damals keine großartigen Diskussionen über eine Fortsetzung gab. Er glaube aber auch, dass das Finale der vierten Staffel eine Art Pause darstellt. Es ist jetzt kein Ende, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt im kommenden Jahr direkt zurückkehren. Nö, es ist eine Art Pause. Es fühlt sich jedenfalls wie eine Pause an. Ob diese Pause jedoch beendet wird, das steht in den Sternen. Eine mögliche Fortsetzung würde laut Freeman eh vor allem an den Autoren der Serie liegen. Und zwar Stephen Moffat und Mark Gattis. Die müssten schließlich erst einmal eine Fortsetzung schreiben und auch schreiben wollen. 2019 befanden die sich aber noch in der Produktion von Dracula, der Serie, die er bei Netflix zu sehen bekam, aber auch bei der BBC und jetzt nicht unbedingt die besten Kritiken bekommen hat. Die beiden meinten damals, aber ebenfalls im Jahre 2019, dass sie sich die Möglichkeit offen halten, eine Fortsetzung zu Sherlock zu inszenieren. Allerdings gab es im Jahre 2019 keine konkreten Pläne dafür. Das klingt jetzt natürlich weder nach Ja noch nach Nein. Das heißt, wir müssen weiter abwarten. Es gab damals immer wieder Gerüchte, dass keine fünfte Staffel kommen würde, weil die beiden Hauptdarsteller sich nicht leiden können. Das wurde dementiert. Es heißt eher, dass die beiden eben keine besten Freunde geworden sind. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Die müssen ja beide nur am Set funktionieren. Und das haben sie anscheinend auch getan. Und Steve Moffat und Mark Gettys hatten bereits am Ende der vierten Staffel erklärt, dass jetzt nicht unbedingt direkt die nächste fünfte Staffel im kommenden Jahr kommt, sondern vielleicht alle paar Jahre mal eine Fortsetzung existiert. Was eigentlich ein schöner Gedanke wäre. Dass man sich damals aber vor allem für ein Ende entschied, lag wohl auch ein bisschen daran, dass die beiden Hauptdarsteller ziemlich viele andere Verpflichtungen hatten. Ihre Terminkalender waren einfach voll. Vor allem der von Benedict Cumberbatch, der durch die Serie Sherlock so richtig berühmt wurde. Und letztendlich ja zum Doctor Strange in Marvel's Cinematic Universe geworden ist. Und allein dadurch sein Terminkalender wirklich, wirklich voll ist. Allerdings hat er anscheinend ja doch genügend Zeit, auch nebenbei mal einen anderen Film zu drehen oder aber auch eine Serie. Zuletzt zum Beispiel Patrick Melrose. Und gerade hat er für 39 Stufen unterschrieben. Eine neue Miniserie, wo er sogar mitproduziert. Und genau das ist nach wie vor wohl das Hauptproblem. Selbst wenn Stephen Moffat und Mark Gettys eine Idee zu Staffel 5 hätten, dann müssten sie erst einmal schauen, wann denn die Darsteller Zeit haben. Benedict Cumberbatch hat erst kürzlich ein Interview mit dem Collider geführt, wo es eigentlich um seinen neuen Film The Career ging. Aber er natürlich mal wieder nach Sherlock Staffel 5 gefragt wurde. Er meinte, er wäre die völlig falsche Ansprechperson dafür, denn sein Terminkalender ist einfach brei gefüllt. Genau wie der von Martin Freeman und von vielen anderen der Darsteller aus der Serie. Er sagt aber selbst, er wäre offen für eine Fortsetzung, wenn denn ein gutes Drehbuch existiere. Allerdings meint er, dieses Drehbuch müsste ja nicht unbedingt ein Seriendrehbuch sein, sondern es könnte ja auch ein Filmdrehbuch sein. Und sind wir mal ehrlich, das wäre ja jetzt nicht unbedingt so speziell für Sherlock. Schließlich war jede Episode eh schon ein eigenständiger Film. Wenn man uns also ähnlich wie bei dem Weihnachtsspecial aller paar Jahre künftig einen Film liefert, einen Fernsehfilm, der dann zum Beispiel bei Netflix läuft, dann wären Fans vielleicht auch glücklich damit. Ich persönlich muss ja sagen, die Vorstellung davon, dass wir vielleicht so aller vier Jahre einen Sherlock-Film oder aller fünf, sechs Jahre einen Sherlock-Film bekommen, der uns dann auch so ein bisschen mitnimmt wie die beiden altern. Das könnte echt viel Charme haben. Also ich glaube auf jeden Fall, die beiden werden eines Tages zurückkehren. Und die Autoren hatten ja selbst schon einmal Idee, genau so etwas zu machen. Künftige Filme, wo es dann immer mal wieder so Reisen in der Zeit gibt, wo Sherlock dann zum Beispiel auch auf die Nazis trifft. Vielleicht sogar in Schwarz-Weiß, auch wenn ich das nicht unbedingt brauche. Aber ja, Staffel 5 oder ein Film ist nicht vom Tisch. Und es liegt eher an der Zeit und daran, dass eventuell Stephen Moffat und Mark Gettys das alles ein bisschen vorantreiben. Würden sie jetzt mit einem Drehbuch um die Ecke kommen, könnte man bestimmt für, sagen wir, 2023 oder 2024 einen Dreh planen. Und das liegt also so ein bisschen an ihnen. Und vielleicht müssen wir ein bisschen, ja, die beiden zuspammen, damit es passiert. Aber ja, Leute, es gibt aktuell keinen Plan für eine Fortsetzung. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Video mal wichtig war. Denn ich bekomme immer wieder die Frage, was ist mit Sherlock Staffel 5? Jetzt habt ihr die Antwort, wie der aktuelle Stand ist. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vielleicht wird es ja wirklich dazu kommen, dass wir alle paar Jahre immer wieder einen kleinen Einblick in die Welt von Sherlock und Watson bekommen. Und dabei zusehen, wie sie altern. Ich fände es schön. Ich hätte da Bock drauf. Eure Meinung, wie immer gerne unten rein. Das war es mit dem Video. Bis dahin. Ciao.